Heute gibt es die steuerische Backhändel, Hähnchenteile, Knochen rausgelöst, mit Haut, wird frisch spaniert, Mehl, Ei, Milch, Brösel, ein bisschen gewürzt haben wir es und dann kommen wir es rein. So, jetzt werden sie mit Öl noch besprüht, eine Sprühflasche und das machen wir wieder zu und jetzt lassen wir es drinnen für 13 Minuten bei 210 Grad auf Airfry. So, jetzt die Hälfte ist weg, jetzt gehen wir einmal wenden, wow schaut das geil aus, steuerische Backhändel. Hähnchenteile mit Haut, aus der Oberkeule und das ist nur mit ein bisschen Spritze vom Öl, also es braucht nicht schwimmen im Öl, sondern es hat sich gepaniert mehr und jetzt geben wir den Rest. So eine Tonaufnahme, da ist ein Brutzel drinnen, zwei Minuten haben wir noch. So, jetzt ist es fertig. Boah, habt ihr das auch in den Bockhändel schon mal gesehen? Also, in der Friteuse, vielleicht ist es nicht so gut hin. Und dann? Und dann? Boah, habt. Et voilà. Natürlich gibt es auch Belohnungsbierchen. So. Und? Prost, meine Herren. Und jetzt traditionell mit Reis steirisch. Mmh. Mmh. So. 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 So.